Ich bin Tommy. Und du? Ich bin Decker. Was machst du dieses Wochenende? Dasselbe wie du. Wo du hingehst, gehe ich auch hin. Er könnte wieder bei uns sein. Thomas? Wer soll ihn zur Welt bringen? Warst du dabei, als Fasa gestorben ist? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Tommy. Aber die anderen sind um... Wir sind bloß zu zweit, mein Schatz. Jetzt kann ich alles mit dir machen, was ich will. Na, lass doch. Du hast ein Leben. Wer bist du?